Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dem genialen Duett mit Crooner Dino Martino alias Dean Martin Zusammen waren Jerry und Dean immer für einen Musical-Auftritt gut So wie in dieser Varieté-Szene aus der Tollpatsch Sichtlich wohl fühlten sich beide aber auch im Country-Ambiente Wo Männer noch Männer sind, gefiel mir als Western-Fan ausnehmend gut Ich mochte auch den Cheerleader-Auftritt in Man ist niemals zu jung, in dem Jerry Dean Martin die Schau stiegt Aber noch besser gefiel mir diese Nummer, die sich um moderne Kunst und den Montmartre dreht Maler und Mädchen von Frank Tashlin ist einer der besten Filme des Komiker-Duos Aber auch dieses Trio im Auto mit Jerry Lewis als Solist war ein dicker Hund Besonders Dean Martins gequältes Gesicht fand ich urkomisch Angeblich waren die beiden Stars wie Hund und Katze Trotzdem half einer dem anderen So wie bei diesem Abendständchen Bei dem Chef-Crooner Dean Martin Jerry Lewis seine Stimme leiht Die beiden ergänzen sich perfekt Aber irgendwann beschloss Jerry auf eigenen Füßen zu stehen Und so wurde er selbst zum Crooner Wie er mit That Old Black Magic des großartigen Buddy Love zeigt Unter den verliebten Blicken der reizenden Stella Stevens Das war in Der verrückte Professor, der mich bis heute begeistert Es war nicht der erste Jazz-Standard Schon in Der Held von Brooklyn überzeugte Jerry mit By Myself In einer Version, die fast an die von Fred Astaire in Vorhang auf herankommt Aber es ging auch anders So wie in die Heulboje Wo Jerry Lewis versucht, synchron zum Playback zu singen Ebenfalls in die Heulboje Faszinierten mich aber auch die drei Grazien vom Background-Chor Jerry hat so gut wie nichts ausgelassen Nicht mal Nottheater in Ein Froschmann an der Angel Eine Szene, die heute nicht mehr politisch korrekt ist Fast noch schräger ist diese Bauchtanznummer In der tollkühne Jockey, über die heute wohl manch einer die Nase rümpft Ich aber nicht In Alles in Handarbeit mimt Jerry Lewis einen Travolta-Verschnitt Und schlägt sich in puncto Saturday-Night-Fever gar nicht schlecht Natürlich kein Vergleich mit diesem furiosen Twist in die Heulboje Oder mit dieser Treppenszene zur Musik des Count Basie Orchestra in Aschenblödel Wo Jerry große Klasse war Aber auch diese Szene aus der verrückte Professor macht mir immer wieder Spaß Meine Lieblingsnummer ist aber dieses Ballett der Bankräuber in Immer auf die Kleinen Die zu New York, New York extra für die Überwachungskameras tanzen In Jerry Lewis umfangreicher Filmografie gab es ziemlich viele Tanzduette So wie diese rasante Nummer in Ich bin noch zu haben Oder dieses Duett mit der Spinnenfrau auf einer strahlend weißen Bühne Eine Szene wie aus einem Traum, ebenfalls in Ich bin noch zu haben Ein hinreißendes Schauspiel Schon ein Jahr davor hatte Jerry als Außerirdischer eindrucksvoll mit einer Frau im schwarzen Catsuit getanzt Und in Geld spielt keine Rolle ging es für Jerry heiß her Bei diesem jazzigen Twist mit einer ebendürtigen Partnerin Danach fühlt man sich für den Rest des Tages beschwingt Das gilt auch für den Tanz auf der Treppe mit Shirley MacLaine in Maler und Mädchen Jerry mochte es, wenn Frauen den ersten Schritt machen Das beweist dieser heißblütige Tanz in Man ist niemals zu jung Aber Jerry Lewis tanzte auch mit männlichen Partnern Hier ein Tanz zu dritt Zigarette an Zigarette In Jerry der Herzpatient Hier zeigt er einen Tango vom Feinsten mit George Raft Einem exzellenten Tanzpartner Nicht zu vergessen, dieser Zeitlupentanz mit einem sehr speziellen Partner, den wohl jeder erkennt Die Szene stammt aus Wo bitte geht's zur Front? Einem Film irgendwo zwischen Sein oder Nichtsein und Inglourious Bastards Jerry hat darin sogar ein paar Auftritte mit Ballett Apropos Haushaltsgeräte Ich liebe diesen durchgedrehten Staubsauger Was eher nach Apocalypse Now aussieht, stammt aus der Ladenhüter In Geld spielt keine Rolle, machen mir diese Rasenmäher Angst Ein Albtraum, der mich nur schwer losgelassen hat Wesentlich souveräner war Jerry an der Orangenpresse Letztendlich ist das auch ein Tanz Am allerliebsten war Jerry Lewis aber Dirigent In der Held von Brooklyn dirigiert er eine Sinfonie elektrischer Töne auf eine Art Théremine Und hätte damit Pierre-Henri alle Ehre gemacht In Hallopage folgt vor einem leeren Festsaal ein ganzes Orchester seinem Taktstock In diesem Genre geht es kaum besser Oder vielleicht doch Mit diesem Klassiker eines autoritären Firmenchefs zu Count Basie-Klängen in der Bürotrottel Und noch ein Klassiker Das Konzert für Schreibmaschine aus der Ladenhüter Mit dem Sketch ist auch Komiker Michael Lieb aufgetreten Aber an das Original kommt er nicht heran In Maler und Mädchen brilliert Jerry am Klavier unter den verblüfften Blicken von Dean Martin Der hätte das sicherlich nicht hinbekommen Noch besser war Jerry an der Harfe Da war ich sprachlos Auch am Schlagzeug in Besuch auf einem kleinen Planeten machte er eine gute Figur Da hätte ich gerne eine Portion von seinem Talent Zum Schluss noch etwas Schönes Jerry Lewis als Ein-Mann-Orchester in Aschenblödel Zum wunderbaren Cute von Count Basie Wie gesagt, ein Ein-Mann-Orchester Ein Orchester, das mich zum Träumen brachte Mich beschwingte und in Ekstase versetzte Jerry Lewis ist und bleibt eben unvergleichlich Musik 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 Musik